SAP ABC – Buy Share Das Share-Mittelstandsteam erklärt Ihnen die Welt der SAP. Heute zum Thema Product Conversion. Neben der Migrationsstrategie stellen sich SAP-Kunden früher oder später die Frage nach den daraus resultierenden Vorarbeiten zum Lizenzvertrag. Hierbei haben sie zwei Möglichkeiten. Eine Product Conversion eignet sich besonders für SAP-Bestandskunden, welche den bestehenden Lizenzvertrag so belassen möchten, wie er heute unter SAP ECC vorliegt. Da die ECC-User-Lizenzen ihre Gültigkeit für SAP S4HANA behalten, werden lediglich zwei Lizenzierungen benötigt, um die alten Lizenzen S4HANA-ready zu machen. Grundvoraussetzung für eine Product Conversion ist zum einen die SAP HANA Datenbank. Diese errechnet sich aus 15% des bisherigen Softwareanwendungswertes exklusive der bisherigen Datenbank. Mit einer Einmalzahlung der sogenannten Flexi erwirbt der Kunde nun das Nutzungsrecht für SAP S4HANA auf Basis seiner bestehenden ECC-Lizenzen und kann sofort loslegen. Stellt die Product Conversion auch für Sie den richtigen Umstieg auf S4HANA dar? Share – der richtige Partner für den Mittelstand. Kontaktieren Sie uns über sap.share-group.com Ich freuebe dich vor, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!